Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr habt es gelesen in der Thumbnail. Ich möchte euch heute meinen Rückblick zeigen von 2020 und 2021. Ich habe ja 2020 im Sommer angefangen mit Painten. Mein erstes Bild habe ich gestartet. Lass mich schauen, am 13.08. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ich mache heute mit euch die Review und wollte euch jetzt nicht dieses halbe Jahr nochmal abfilmen von 2020. Ich habe gedacht, das packe ich alles in einer Review. Und ja, wir haben das neue Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingestartet, habt es krachen lassen oder habt es vielleicht auch gemütlich angehen lassen. Wir haben es ganz gechillt angehen lassen. Ein bisschen wurde geknallt. Bei uns hat es sich aber tatsächlich in Grenzen gehalten. Nach einer halben Stunde war schon wieder alles vorbei. Aber ich halte euch heute mit der Kamera, also in der Hand. Ich hoffe, es wackelt nicht zu sehr. Ich versuche ruhig zu filmen. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich werde die Bilder chronologisch zeigen, so wie ich sie gepaintet habe, also fertiggestellt habe. Das Fertigstelldatum werde ich euch nach der Reihe zeigen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang. Wir haben 20 Bilder, die ich fertig habe. Da haben wir ein bisschen was zu gucken. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. So. Wir starten mit dem ersten Bild. Und zwar mein allererstes Bild, was ich fertiggestellt hatte, ist diese süße Grinsekatze. Und ja, ich finde die eigentlich ganz süß. Ich hatte damals noch ein anderes Bild parallel angefangen. Eine Kaffeetasse. Das kommt danach. Die hatte ich danach fertiggestellt. Und ja, die war schon so zügig fertig, dass ich, also beziehungsweise hatte ich, hatte Angst, dass es so schnell fertig ist. Und dann habe ich das noch gekauft. Und dann hatte ich die parallel quasi gepaintet. Und ja, habt ihr auch ziemlich gleichzeitig fertiggestellt. Ich blende euch immer das Datum ein. Dann wisst ihr, wann ich das gemacht habe. Ja, das war die Grinsekatze. Die habe ich gekauft bei Amazon. Ich werde auch schauen, ob ich alle Bilder, die ich hier euch zeige, ob ich die alle verlinken kann. Alles, was ich finde, was noch irgendwie vorrätig ist, was ich, ja, habe, also was ich gefunden habe, werde ich euch unten, äh, zu den Bildern verlinken, ne? Okay. Genau. Das ist, ähm, ein Bild, das ist 30x40 groß, also ein bisschen kleiner. So die typische Größe. Viele kennen vielleicht dieses Bild auch. Ist ein Teilbild, das wusste ich damals noch nicht. Da habe ich ja noch keine Ahnung gehabt. Habe einfach das Bild gesehen bei Amazon. Ich habe gedacht, das muss mal alles pänken, was halt, also der Hintergrund halt auch und das alles. Aber war nur ein Teilbild. Ich hatte mal eine Zeit lang überlegt, ob ich die Uhr austausche gegen eine echte. Habe ich aber nie gemacht, ja. Das ist das erste Bild. Kaffeetasse, die habe ich bereits verschenkt. Ich werde euch hier ein Bild einblenden, damit ihr das Bild sehen könnt, äh, wie es fertig aussieht. Genau. Das war eigentlich mein allererstes Bild, was ich, ähm, mir gekauft habe. Auch über Amazon. Und das hat mir so, 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 so viel Spaß gemacht. Ich hatte das rucki-zucki gepaintet. Ja, dann habe ich es gestartet. Angefangen am 4.8. und beendet dann am 15.8. Also, ähm, ja, als Anfänger ist es ja schon relativ zügig. Innerhalb von einer Woche hatte ich das dann fertig gepaintet. Und ja, es hat, das hat mich dann total angesteckt. Und dann hatte ich ja noch die Grinsekatze und, ja. Und, ähm, ja, das Bild fand ich auch wirklich sehr schön von der Qualität her. Ähm, es hat, die Steine funkeln total schön. Ich habe dann auch einen schönen Rahmen gekauft, so wie er das wahrscheinlich jetzt hier in dem Bild zählt. Und, ähm, war wirklich sehr, sehr zufrieden. Ähm, ich weiß, einige von euch haben das wahrscheinlich auch gepaintet, das Bild. Also, ich hatte das damals gepostet, haben alle gesagt, ah, das war auch mein erstes Bild, was ich angefangen hatte. Und, ja, genau, das ist die Kaffeetasse. Also, prima. So, dann kommen wir zum dritten. Mein drittes Bild ist dann dieses hier. Und zwar ist das von Homefun. Das habe ich damals gekauft, weil ich hatte damals mich informiert, ja, wo kann man denn günstig Bilder kaufen bei AliExpress und so. Und dann habe ich ein paar Bilder bei Homefun gekauft. Und dieses Bild habe ich dann als nächstes gepaintet. Und das hat auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, es kommt auch wirklich schön raus hier, dieser Adventskranz mit den Kerzen. Und, ja, ich habe es nicht eingerahmt, weil ich hatte es dann danach leider etwas, sagen wir mal, ja, versaut. Also, ich habe hier, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ähm, ziemlich viel, also es glänzt fast gar nicht mehr, ziemlich viel, ähm, Dings drauf gemacht, äh, Versiegelung. Ich hatte damals auch noch nicht so richtig eine Ahnung, ähm, wie die Versiegelung. Da hatte ich dann hier mit einem Pinsel schön dick aufgeschmiert und, ähm, ja, es ist auch ziemlich fest. Aber ich finde es dennoch schön und, ähm, vielleicht hänge ich es auch dann mal auf. Also, ich hatte es bis jetzt noch nicht aufgehängt. Ich habe es alle, die, die etwas größeren Bilder, habe ich alle in so einer großen Künstlermapp bilden und die liegt bei mir dann auf dem Schrank. Aber vielleicht, vielleicht hänge ich es tatsächlich mal nächstes Jahr auf, ja. Mal einen schönen Rahmen noch kaufen, das habe ich noch nicht gemacht. Genau, das ist das von Homefun. Das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Das muss ich mal ganz kurz rausholen. Ich habe ja mich nebendran noch mein Logbuch, so ein bisschen, damit ich dann euch noch die Eckdetails, ähm, verraten kann. Ähm, genau. Wir hatten hier die runden Kreise, genau, was mir da direkt aufgefallen ist. Das kennt ihr vielleicht auch von Homefun, dass hier so ein bisschen, ähm, die schwarzen Linien hervorschauen, ähm, ähm, die bei Homefun ja oft, ähm, so große Kreise, hier sieht man es ganz gut, hier unten drunter. Ähm, Homefun hat ja bei den runden Steinen so schwarze Kreise außenrum und die sieht man immer, ähm, ja, wenn man nicht ganz, ganz sauber paintet, sieht man das halt einfach, ne. Ähm, das war, ähm, was ich nie so toll fand damals, aber hatte ja das Bild gekauft, weil ich es so schön fand, und im Endeffekt finde ich es jetzt auch schön aus. Von beiden sieht man es natürlich nicht mehr, ne. Genau. Ja. Das ist der Adventskranz. Hier mein abstraktes Bild, und wie ihr sehen könnt, ist es im Rahmen, und das, äh, hängt bei mir auch an der Wand, weil ich es einfach so, so wunderschön finde. Dieses Bild hat mir tatsächlich zwar echt viel Nerven gekostet, ähm, ähm, weil die Steine sehr, 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 sehr schlecht waren. Also ich hatte so viele unregelmäßige Steine drin, das glaubt ihr nicht. Ich hatte aber, was ich aber natürlich im Nachhinein vorher noch nicht wusste. Ich hatte von jeder Farbe einiges übrig. Ähm, hätte ich das im Vorfeld so ein bisschen gewusst. Ich hatte ja natürlich auch nicht noch damals zu dem Zeitpunkt auch noch nicht die größte Diamond-Painting-Erfahrung, und hab natürlich, ähm, war, wusste nicht, dass ich dann hätte eigentlich alle austauschen können. Ähm, auf jeden Fall, das hat mich das viel Nerven gekostet. Ich hab euch das ja auch schon oft gezeigt gehabt damals, aber an sich finde ich es wirklich schön. Es ist super schön geworden. Also ich finde die Farben sehr, sehr schön. Und zwar ist das von der Firma von AliExpress, Artbeck Family heißt die Firma. Und, ja, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß, ähm, gemacht, es dann fertigzustellen. Ähm, ich hatte zwar, wie gesagt, dadurch, dass es halt, ähm, die Steine so unterschiedlich groß waren, ähm, hat mich das zwar schon Nerven gekostet, aber es hat halt auch Spaß gemacht, wenn, weil es so diese verschiedenen kräftigen Farben mal drin gehabt hat. Und, ja, ich finde es einfach wunderschön. Und deswegen hängt es bei mir auch dran und es ist in einem Rahmen, ich finde, in einem Rahmen sehen Bilder auch einfach nochmal ein bisschen schöner aus. ne, ne, ja, genau, soviel zu dem Bild. So, dann kommen wir hier zu dem Mondbild, das ich gepaintet habe. Und, ähm, ja, ich finde es immer noch sehr, sehr, sehr schön, diesen Mond, dieser Mann, im Mond sagt man ja, äh, der Mondmann und der kleine Junge hier auf dem Apfelbaum. Ich finde es so schön, total toll, das Bild. Ähm, dieses Bild habe ich von, oh, wo habe ich es jetzt habe ich es nicht aufgeschlagen, wartet mal. Und zwar, genau, das Bild ist von FGNormal. Ja, und ich finde es wirklich sehr, sehr schön geworden. Ja, gefällt mir immer noch sehr gut. Ähm, das Bild hat eine Größe von 24, äh, 25, halt, das Bild war, hat er eine Größe von 25, das kann nicht sein, 24,5 mal 35 cm. Ja, und, ja, ich finde es sehr, sehr schön. Ich glaube, euch hat es damals auch sehr gut gefallen. Damit hatte ich dann auch noch ein Versiegelungsvideo gemacht. Und, ich glaube, das hatte ich auch ziemlich schnell fertig. Ja, innerhalb von einer Woche auch hatte ich das gepenntet, ja. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Nächstes habe ich hier dieses Frühling im Paris-Bild, finde ich. Ähm, ich weiß nicht, ob es Paris ist, aber es hat halt so diesen französischen Flair, dieses, mit den Kirschblüten, Entschuldigt, mit den Kirschblüten und, ja, ich finde es einfach, ja, sehr schön. An sich finde ich es wirklich sehr, sehr schön. Das war aber auch so ein Sorgenkind, muss ich sagen. Dieses Bild hat so was von geploppt. Ähm, ich habe das auch mehrmals versiegelt, weil es einfach die Steine wieder hochgekommen sind, weil die so unregelmäßig waren. Das Bild ist von UI Pride Pride Official Store und, ähm, hat die Größe von 40x50 und man sieht ja hier auch, also ich habe zwischendrin auch solche Lücken, weil die Steine einfach so unregelmäßig waren und, ja, also das hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Hatte ich erst das abstrakte Bild und dann hatte ich jetzt nochmal so eins, das war dann schon ein bisschen frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, so finde ich es schön, also ich finde es kommt für die Größe von 40x50 äh, ganz schön raus von der, von der Verpixelung her. Gefällt es mir wirklich gut, kann ich gar nichts sagen. Und, ähm, ja, das war das nächste Bild. Dann kommt hier dieses Gingseng Bilder ähm, Bild. das habe ich von FG Normal und ihr erkennt es jetzt auch sicherlich sofort und zwar erkennt ihr hier, dass wir hier ganz viele, ähm, Lücken haben. Das kommt daher, dass das Bild, ähm, Acrylsteine hat und der Druck einfach zu groß ist und bei weiß sieht man das ganz gut. Aber die liebe Janine hat ja jetzt dieses tolle Video rausgebracht, ähm, wo man so Pulver drauf macht und das dann so einreibt. Vielleicht werde ich das echt tatsächlich mal bei dem Bild ausprobieren. Ich habe es aber, nee, geht nicht mehr. Ich habe es schon versiegelt. Ah, schade. Ich habe schon gerade überlegt, aber ich habe es schon versiegelt. Ich versiegele eigentlich meine Bilder ziemlich schnell, ähm, wenn ich sie gepellt habe, dass mir halt einfach nichts mehr abfällt, ja. Wenn ich dann die Steinen weggeräumt habe. Aber ansonsten finde ich es schön. Die Blätter sind schön rausgekommen. Das ist, äh, hat auch die Größe 40 mal 50, ist aber ein bisschen kleiner. Ich habe es aufgeschrieben, die richtige Größe. Ich glaube, die richtige Größe ist, ähm, 24,5 mal 35 Zentimeter. und, ja, ich finde es eigentlich so, an sich finde es schön. Mich stören aber hier diese, diese Lücken total. Schade, dass ich es versiegelt habe. Sonst hätte ich es tatsächlich, ähm, nochmal, nochmal machen können mit dem Pulver. Aber wenn da jetzt Versiegelung drin ist, hebt es natürlich nicht mehr auf dem Kleber zwischendrin. Ja, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid, Janine. Dann werde ich das auch so machen, ja. Dann kommen wir zum nächsten Bild und zwar ist das diese, diese Alice. Ja, die ist von der Firma Everyday E-Crafts und, ähm, ja, leider kommt das Bild ein bisschen vor Pixeln raus. Es ist für die Größe, für dieses Bild ist die Größe zu klein. Ähm, das erkennt man hier vor allem hier an der Türe. Normalerweise ist hier noch eine Türe. Ich zeige euch mal, ähm, das Originalbild. Seht ihr da unten die Türe und, ähm, das Fenster und so, das kommt natürlich alles nicht so richtig raus. Ähm, ja, aber dennoch, ähm, hat es Spaß gemacht, es zu painten und, ähm, ja, ganz, ganz in Ordnung. Steine haben eine schöne Qualität gehabt, ähm, es hat sich zügig painten lassen und, ja, kann ich eigentlich gar nichts sagen. jetzt sehe ich gerade hier oben. Ne, es ist tatsächlich ein schwarzer Stein. Ich habe gerade gedacht, hier oben fehlt ein Stein, von weißem sieht es aus, als ob da ein Stein fehlt. Aber nein, weil ich hatte es eigentlich versiegelt, von daher dürfte kein Stein fehlen. Es kann natürlich immer mal passieren, dass man es versiegelt und dann nicht merkt, dass da ein Steinchen fehlt. Aber, genau. Das ist, ähm, die Alice. Nächstes habe ich dann hier dieses Rosenbild gepaintet und da habe ich, äh, mache ich, habe ich ja eine Reihe gemacht. Also, was heißt eine Reihe? Ich habe hier das erste Bild gepaintet, habe das gleiche Bild, aber nochmal, da fehlt sogar ein Stein. Das habe ich zum Beispiel noch nicht versiegelt. Ich sehe gerade, da fehlt ein Stein. Ähm, und da habe, das habe ich in verschiedenen Größen bestellt, das gleiche Bild. Da habe ich aber noch nicht alle gepaintet und wollte euch dann den Größenvergleich dazu sagen, zeigen. Auf jeden Fall ist das von, ähm, Fulkang, das Bild und die Steine sind wirklich schön. Also, die haben richtig Spaß gemacht zu painten. Die lagen im Schiffchen auch richtig schön drin. Ja, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu painten. Und ich freue mich auf die anderen Bilder, weil die haben ja, die ist ja alles von einer Firma. Und, ja, genau. Das ist das andere. Nächste. Kommen wir zum nächsten Bild. Wo habe ich es jetzt? Und zwar ist das dieses hier, mein erstes Teilbild. Ich hatte natürlich damals, als ich das bestellt hatte, ne, mein zweites, die Grinzelkatz ist ja auch ein Teilbild. Als ich das bestellt hatte, hatte ich gar nicht drauf geschaut gehabt und habe dann dieses Bild bekommen mit diesem kleinen Baum und hatte das natürlich innerhalb von einem Tag gepaintet. Hat auch Spaß gemacht. Mein erstes Straßbild, ich hatte vorher noch kein Bild mit Straß und Sonderstein. Hat sehr viel Spaß gemacht. War schnell und zügig gepaintet. Das Bild ist von DIY-Juice und, ja, war wirklich schön. Also, ja, und, ähm, ich bin, ja, ganz angetan, muss ich sagen, von den Bäumchen. Und hier dieser Wolf und den finde ich richtig cool. Also, der hat super viel Spaß gemacht und die Steine sind auch Nachtleuchten. Vielleicht kann ich hier euch irgendwo ein Bildchen einblenden, ähm, wie es aussieht, wenn es in der Nacht leuchtet. Ich habe da ein Foto gemacht davon und finde es eigentlich richtig schön. Also, der hat richtig Spaß gemacht. Wir haben auch viele Sondersteine auch. Wie ihr sehen könnt hier die weißen. Hier so schräge und, ähm, ja, also alles Mögliche an Steinen haben wir hier in dem Bild. Und ich finde, es kommt halt auch richtig cool raus, finde ich, das Bild. Ähm, das ist von FGNormal. Und, ähm, jetzt muss ich gerade schauen. Ähm, das habe ich innerhalb von zwei Stunden gepaintet. Und die Größe ist auch ein bisschen kleiner. Also, wir haben hier 25 x 35 cm. Ich habe hier immer nebendran mein Buch. Und das, ja, und, ähm, ja, sehr, sehr schön. Also, ich finde, es kommt richtig schön raus. Gefällt mir sehr gut. dann kommen wir hier zu der Gorgeous, zum Gorgeous Mädchen, die hier die Steine einsammelt. Und, ähm, das ist das erste Bild mit fotorealistischem Druck, was ihr hier vielleicht ein bisschen an den Stein, an den Stein, an den Sternchen erkennen könnt. man sieht hier ganz leicht, ähm, die Linien unten drunter. Und auch hier, ähm, wenn man von Weitem hier dieses Netz von dem Fäch, ähm, sieht, und hier das Glas, wo sie die Sternchen drin hat. Genau. Mit diesem Bild habe ich ja ein bisschen was gemacht, wie ihr hier sehen könnt. Und zwar habe ich hier, ähm, meine Produktteste Versiegelung gemacht. Ähm, wenn ich dran denke, verlinke ich euch das unter dem i an. Sonsten sucht einfach auf meinem Kanal Produkttest. Da findet ihr dann, ähm, da habe ich sechs verschiedene Versiegelungen getestet. Und, ja, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und, ähm, dieses Bild ist von Dina White Juice. Und, ähm, ja, war wirklich schön. Ich finde, es kommt sehr schön raus. Also, die Steine, ich meine, die dunklen Farben, die glitzern halt schön. Und, ähm, ja, genau. Gehen wir zu meinem ersten selbstgepixelten Bild. Und zwar ist es dieser Hase. Und ich finde es so, so süß. Ich finde es so, so schön. Ich glaube, den werde ich mir auch zu Ostern aufhängen. Ich finde es so niedlich. Ähm, und zwar habe ich da, ja, eine, ähm, Mitmacht-Challenge gemacht. Mit drei Bildern. Und das, der Hase ist eins der Bilder. Ich habe nur den Hasen geschafft. Ähm, der hat, ähm, lass mich überlegen, ich glaube, 90 Farben hatte ich in dem Bild drin. Da habe ich mich jetzt tatsächlich in mein, mein Logbuch den gar nicht eingeklebt. Warum auch immer. Den muss ich tatsächlich mal noch nachtragen. Und, ähm, der wurde auf, ähm, Blatten gepaintet und dann zusammengefügt. Was man hier so ein bisschen sehen kann noch. Ähm, ich bin natürlich das erste, also hier sieht man die Blatten, also hier sieht man ganz klein, ist ein bisschen den Übergang. Aber ich finde für das erste Mal, ähm, auf Blattenpainten, finde ich, ist es, es kommt ja richtig schön raus, ja. Und ihr seht jetzt, das Bild ist 30x40 groß und für diese Farbanzahl, wie schön das einfach rauskommt. Und auch hier diese Lichtschatten im Auge. Also ich finde das so, so süß. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, den zu painten, ja. Dann kommen wir zu diesem Bild, wo ich erst gedacht habe, es sind so Hortensien, aber es soll, also es steht dran Löwenzahn, also es soll wahrscheinlich eine Pusselblume sein, obwohl ich glaube, manche haben noch eine andere Blumensorte gesagt. Ich hatte mich dann die Frage gestellt im Video, als ich euch das gezeigt hatte, was das wohl für Blumen sein könnten. Ich weiß es nicht. Tatsächlich, ähm, dieses Bild ist von Everyday E-Crafts. Und ja, bei dem Bild hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Probleme, was ihr hier ein bisschen sehen könnt, dass wir hier auch Lücken haben und dass es total ungleichmäßig gepaintet ist. Das liegt daran, bei dem Bild hat die Leinwand richtig schwommen. Also die Steine haben, ich habe die in eine Richtung gesetzt und dann sind die wieder weitergerutscht. und es hat echt Nerven gekostet. Ähm, ich habe da hin und her geschoben, ähm, die Steine, aber, ach, es war gerade grausig. Also es hat nicht so viel Spaß gemacht, dieses Bild zu pellen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es auch gar nicht so schön. Also normalerweise sind das da hier, sind so schöne Kugeln. Ich zeige euch mal das auf dem Originalbild. Seht ihr das? Diese Kugeln, ja, die kommen einfach bei der Größe nicht raus. Ein bisschen sieht man es ja, die Kugeln hier. Aber ich finde irgendwie, ich weiß auch nicht. Das war absolut so ein Reinfall. Aber ja, ich habe das, ähm, ja, als Promobild bekommen von Everyday E-Crafts. Und ja, solche Bilder hatten wir auch mal zwischendrin. Kommt vor, ne? Und, ja, ist jetzt keine komplette Katastrophe. Man erkennt schon, was auf dem Bild drauf ist, ja. Man erkennt auch, dass es Schmetterlinge sind. Und, ja, aber, ja, kein Favorite Bild. so, dann machen wir weiter mit Bild Nummer 15 sind wir schon. Jetzt hatte ich dieses schöne Liebespaar im Mondschatten gepaintet und das hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich weiß nicht, ich liebe auch irgendwie so diese violetten und dunklen Farben. Wo habe ich jetzt das Bild? Jetzt muss ich es mal kurz, ach, jetzt habe ich es nicht aufgeschlafen. Wartet mal, ich schaue gerade kurz. Also nächstes, also, ja, mein, 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 ich werde mein Blogbuch jetzt ein bisschen ändern. Ich werde es jetzt so machen, dass ich nach und nach die Bilder einklebe, weil ich fertig habe und nicht alle, die ich habe. So, muss jetzt hier ganz viele auch an leere Seiten, was ich nicht gepaintet habe. So, also, wir haben hier, das Bild ist von Everyday E-Craft. Auch das ist ein bisschen kleiner. Das hat die Maße von 24 x 35 cm, eigentlich 30 x 40 cm, aber das kommt sehr, sehr schön raus. Es ist genauso, wie es auch im Vorschaubild ist, wie ihr hier sehen könnt. Also, ja, sehr schön. Schöne Farben, schönen Glanz hat es und kann man gar nichts sagen. Ich finde es schön. Vielleicht auch ein Bild jetzt, wenn jemand das painten möchte, zum, zum Valentinstag, könnte ich mir das gut vorstellen, so auch als kleines Valentinstagsbild. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Dafür habe ich, daran habe ich 20 Tage gepaintet, aber, also, nicht am Stück natürlich. Genau, 20 Farben. Genau, zwei Buchstaben waren ein bisschen schwächer da bei dem Bild. Da habe ich, das Buchstabe P und A, ähm, zwar, ja, sieht man es vielleicht auch auf der Legende, ähm, P und A hier unten, weil, war tatsächlich nur auf dem Leitpad zu erkennen, ähm, weil das halt gleiche Hintergrund hat und wenn man das Leitpad anmacht, dann sieht man halt die schwarzen Buchstaben einfach besser. Genau. So, kommen wir zu Bild Nummer 16, glaube ich, oder? Ja, jetzt kommen wir zu Bild Nummer 16. Dieses hier, das ist von FG Normal, das war ein Mystery Bild und, ähm, ja, ich war so ein bisschen enttäuscht, dass ich so ein Bild, dass so ein Bild dabei rausgekommen ist, also, ich hatte, ja, wie gesagt, dieses Mystery Bild, gemacht, aber man kann natürlich, da, man steckt da halt nicht drin, ähm, man steckt da natürlich nicht drin, man weiß natürlich nicht, was es vorher ist, ich bin aber überhaupt kein Pokémon oder Anime, äh, ähm, Fan, sage ich mal so, das habe ich euch ja schon, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, also, das ist überhaupt nicht so mein, ich weiß viele, ich kenne viele, die, die das wirklich feiern, aber ja, jetzt habe ich es gepaintet, ähm, war eine Erfahrung, auch mal ein Mystery Bild zu machen, und was mich natürlich jetzt da so ein bisschen abgeschreckt hat, wieder nochmal eins zu painten, es hatte 24 Farben, der Druck war sehr, sehr klar, äh, ja, die Kreise waren ein bisschen zu groß, also da war es auch wieder so, es war ja rund, das seht ihr hier, diese schwarzen Linien an den Kreisen, man hat halt, ähm, da leider ein bisschen die Linien an den hellen Farben, sieht man halt ein bisschen raus, was ein bisschen schade ist, weil, wenn die, ähm, Kreise halt ein bisschen größer sind, oder genauso groß sind wie die Steine, und man setzt dann einfach nur ein, ein Bruchteil von einem Millimeter daneben, dann, ähm, sieht man halt sofort den schwarzen Kreis, das war ein bisschen blöd bei dem Bild, aber, aber, ja, an sich war es eine Erfahrung, auch das ist 25 mal 35, ähm, und, ja, ist jetzt halt mal, so ein Erfahrungsbild, zum nächsten Bild, und zwar ist das die Wellness-Oase von Ideen mit Herz, und, ähm, ja, das habe ich ja geschenkt bekommen, von einer lieben Kundin, und die hat mir das Bild jetzt nochmal geschickt, als wenn ich das gesagt habe im Video, dass es zu klein ist, ähm, zu verpixelt ist für die Größe, ähm, eine schöne Auswahl, sind auch nicht so teuer, und, ähm, hat sich gut painten lassen, bin zügig vorangekommen, also, war, war, war nett, jetzt muss ich mal gucken, ob ich mir noch irgendwie Notizen gemacht habe, ja, wir haben halt hier auch einen sehr schönen Glanz, habe ich mir noch aufgeschrieben, was natürlich in der Kamera immer ein bisschen verloren geht, aber ja, wir haben hier, ja, jetzt, ihr seht ihr das, also, es funkelt, hat wirklich einen schönen Glanz, auch hier in dem Blau sieht man schön, ähm, das hat wirklich Spaß gemacht, ähm, zu painten, also die Steinequalität, Tibi-Tobi, Klebekraft, alles prima, ja, ist halt ein bisschen so klein, finde ich jetzt, für das Ding, was hier sehr, ähm, verpixelt aussieht, ähm, die Steine oben, natürlich, klar, hier ist das Wasser, da darf es ein bisschen verschwommen sein, aber hier, ja, aber an sich, hat es Spaß gemacht zu painten. Hier zu dem Bild, was ich auch sehr, sehr schön finde, und zwar ist das hier diese Sukkulente, und, wie ihr seht, habe ich die auch eingerahmt, weil die auch bei mir hängt, und, ähm, ähm, ich habe hier, wie ihr sehen könnt, AB-Steinchen eingebaut, ich muss mal gucken, ob ich es irgendwie so hinkriege, das ist so ein bisschen, ja, jetzt, ich habe heute auch einfach kein schönes Licht, also wir haben heute grau und grau, und, ähm, es hat aber wirklich ganz viel Spaß gemacht, ich habe euch dazu ja schon mal eine Review abgefilmt, da könnt ihr euch das dann nochmal anschauen, wenn ihr möcht, und zwar habe ich euch in dem Bild gezeigt, hier habe ich ja auch ein bisschen AB-Steine drin, ähm, wie ihr in dem Bild schöne ABs einbauen könnt, ohne dass es überladen wirkt, und, ja, das Bild ist von der Firma, Jogo Top, Offizier Store, von AliExpress, und ich hatte hier 25 Farben, ähm, genau, der Druck war, äh, am besten konnte ich painten mit dem Lightpad, wir haben hier doppelseitige Klebefolie drauf gehabt, bei dem Bild, und ich hatte ganz, ganz viel Luftblasen drauf, ähm, ich habe die aber alle rausgeschnitten, war überhaupt kein Problem, ihr seht, also ich habe auch im Nachhinein nichts mehr, habe es versiegelt, und, ähm, die Steine sind nicht nochmal hochgekommen oder so, also es hat wunderbar geklappt, war überhaupt kein Problem, und es hat sich schön painten lassen, also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, ich finde die Farben halt auch wunderschön, muss ich sagen, die gefallen mir richtig, richtig gut, und, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Bild zu painten, und ich finde, es kommt auch echt schön raus, für 30x40, und das hängt auch bei mir, hier in meinem Kreativzimmer, mit dem abstrakten Bild. Hier habe ich hier einmal das süße Gnomenbild, das habe ich ehrlich ja noch gar nicht so lange her, jetzt kommen natürlich die letzten Bilder, ähm, wir sind hier bei Bild Nummer 17, oder? Ihr seht es ja unten, ich schreibe es immer hin, ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, ähm, und das war auch wieder ein Bild mit fotorealistischem Druck, von der Firma FGNormal, 30x30, das Bild hat aber eine Größe von 24x24, 22 Farben, natürlich auch hier runde Steine, wie ihr erkennen könnt, ja, und das hat auch echt Spaß gemacht, und ich finde, der fotorealistische Druck kommt auch sehr gut raus, also die Linien hier an der Mütze, und auch hier die Vögelchen, und am Kürbis außen, und hier auch der Zweig, hier rechts und links, also, ja, und auch hier der Bart, das ist ja auch alles hier, ähm, so fotorealistisch gemacht, ja, ich finde den ganz süß, den kleinen Gnom, oder Wichtel, ja, genau, kommen wir zum, schönsten aller Bilder, zum tollsten, auf das, was ich am, am stolzesten bin, und zwar ist das der, das Bild, Never Triggle a Sleeping Dragon, von Diamond Pending Deutschland, und ich finde das so schön, 215 Farben hat es, von Josephine Wall, hat eine Größe von 80x64 cm, und ja, das war mein drittes Bild, was ich gekauft hatte damals, bei Diamond Pending, also allgemein, ähm, und daran habe ich eineinhalb Jahre geklebt, weil es halt natürlich viel Konfetti ist, bei so vielen Farben, ihr könnt ja mal schauen, ähm, nicht viel unterschiedliche Farben, wie hier einfach in nur, in so ein kleines Stück haben, und das heißt dann immer wieder, Dose auf, Dose zu, Dose auf, Dose zu, und, ähm, ja, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, zu painten, und ich bin sehr, sehr stolz, ich weiß noch nicht so richtig, wo ich meinen Rahmen bestelle, weil das natürlich keine genormte Größe ist, mit 64 cm, das ist ein bisschen blöd, ähm, wahrscheinlich wird es ein Rahmen von Wunschrahmen.de, da kann man sich die Größe dann genau anpassen, wird dann vielleicht ein bisschen teurer, aber es ist ja auch ein wundervolles Bild, und wenn man dann einen schönen Rahmen dazu hat, ist es natürlich noch schöner, genau, den muss ich aber noch bestellen, den habe ich noch nicht bestellt, Bild muss ich auch noch versiegeln, habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht, und, ja, also ich finde es sehr, 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 sehr schön hier. Review habe ich euch ja überall schon, ähm, gezeigt bei den Bildern, da verlinke ich euch vielleicht auch mal einfach unter dem i, die, meine Playlist zu den fertigen Bildern, da könnt ihr euch jedes Bild auch nochmal im Detail anschauen. Wir gehen jetzt zum letzten Bild, und zwar ist das Bärenmama und Bärenbaby, das habe ich euch ja erst vor kurzem abgefilmt, diese süße kleine Bildchen, das ist von der Firma FG Normal. Jetzt mal, jetzt, wir haben hier bei dem Bild, ähm, 20 Farben gehabt, und, ähm, ja, es hat sich gut, gut, gut painten lassen, ähm, ist jetzt leider hier so ein bisschen verpixelt, aber das habe ich euch ja alle schon erzählt, ähm, genau, was habe ich jetzt noch, schauen, habe ich noch aufgeschrieben, ähm, genau, ich hatte ein bisschen Probleme mit B und R hier bei dem Bild, ähm, weil die direkt nebeneinander waren, und, äh, gleiche Farbe hier, das war hier so ein bisschen ein Baum, aber ging mit Lightpad dann ganz gut, und, ähm, dieses Bild hat auch, ähm, eine kleinere Größe, 25 mal 34,5, ich finde es total niedlich, ähm, ähm, es ist zwar ein bisschen schade, dass es sich so ein bisschen verpixelt ist, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön geworden, hier in dem Laubbaum, wie sie da liegen, die zwei, und, ähm, ja, hat auch Spaß gemacht zu painten, war es relativ zügig painted, und, ähm, das war mein letztes Bild, ich bin gespannt, was ihr sagt, was euch gefallen hat, könnt ihr mir mal ja gerne Feedback geben, welche Bilder ihr sehr schön fandet, und, ähm, ja, ich werde euch natürlich nächstes Jahr auch wieder am, mitnehmen, dann im Januar 2023, und dann schauen wir mal, was wir dieses Jahr alles an Bildern schaffen, ich habe einiges hier hängen, also, ich habe einen wirklich großen Stress, es kommt jetzt auch, ich mache auch wieder so eine kleine, für mich Challenge, da lasse ich euch so ein bisschen dran teilhaben, und, ähm, für die ganzen Bilder, die ich angefangen habe, und auch, ähm, für meine Bilder, die ich noch nicht angefangen habe, ähm, ja, ich habe wirklich sehr, 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 sehr viel Bilder, aber, ähm, ich glaube, ich habe noch keine 100 Bilder, aber ich habe schon viele, und, ähm, ich möchte natürlich auch, ein bisschen, ähm, da auch Bilder fertig bekommen, ist ja klar, ich hoffe, ähm, euch hat das Video gefallen, würde mich sehr, sehr freuen, über einen Daumen nach oben, oder, wenn ihr vielleicht mir folgt, und meinen Kanal noch nicht abonniert habt, lade ich euch dazu ein, wenn euch das gefällt, was ich euch hier zeige, und, wir sehen uns dann einfach zum nächsten Video, macht's gut, ciao!